Tja, Sie haben es gerade gesehen, es dreht sich jetzt in der Sendung alles um Auto und Motorrad, speziell aber auch um Auto. Und da sage ich einfach nur, prima Klima im Auto auch bei Ihnen, nicht? Dann habe ich vielleicht drei Produkte, die Ihnen jetzt in kürzester Zeit weiterhelfen werden, weil wenn Sie die dann bestellt und in Ihrem Auto montiert haben, dann gehören Sie auch zur Ober- und zur Luxusklasse. Um was es sich dreht, um spezielle Sitzauflagen. Und Sie kennen das vielleicht selber, Sie haben noch Veloursitze, Stoffsitze ganz normale oder vielleicht auch Leder aus einem älteren Auto, aber vielleicht keine Klimaanlage. Und wenn Sie dann beruflich unterwegs sind, Anzughose, vielleicht ein weißes Hemd, eine Krawatte und Sie fahren los, dann klebt meistens bei warmen Temperaturen sofort alles an diesem Sitz. Und dagegen kann man was machen. Die erste Sitzauflage, die ich Ihnen vorstelle, ist eine richtig schön kühlende Sitzauflage, die ich aber nicht nur im Auto verwenden kann. Sondern natürlich auch auf dem Bürostuhl oder eben auf dem Fernsehsessel. Und das ist doch eine richtig schöne, entspannte Geschichte. Hier haben wir es. Es ist ganz einfach zu montieren mit sogenannten Gummileinen. Und der Vorteil ist, dass ich auch jeden Fahrer- oder Beifahrersitz, der Seiten-Airbags hat, natürlich auch damit bedienen kann. Und das Tolle ist, dass wir hier in unserer Sitzauflage eine sogenannte Klimazone integriert haben. Das bedeutet, entweder am Rücken oder an der Sitzfläche oder an beiden gleichzeitig können Sie dafür sorgen, dass Sie ein ganz angenehmes Klima haben. Funktioniert ventiliert, passt in jedes Auto. Ganz schickes und sportliches Design. Und wie man es montiert, das zeigen wir Ihnen mal. Ganz einfach an den Kopfstützen festmachen, festziehen. Ab in den 12-Volt-Anzünder, am Zigarettenanzünder. Und schon geht das los. Die Auflagen sind natürlich super ergonomisch, haben eine sogenannte Lordosenstütze. Das heißt, für den richtigen Halt Ihrer Wirbelsäule ist natürlich auch gesorgt. Und wie Sie es hier sehen, können Sie dann unseren Temperatur-Klimaregler hier stufenlos verstellen, so wie Sie das brauchen. Und haben die Möglichkeit zu sagen, entweder nur den Toppes kühlen oder eben auch den Rücken dazu. Und das ist ja normalerweise bei richtigen Luxus- oder Oberklasse-Limousinen immer ein Aufpreisbereich, der so pro Sitz zwischen 800 bis 1200 Euro kostet. Und das kann sich ja kein normaler Mensch leisten. Aber Sie kennen das auch, wenn dann die Hose so klebt und alles ist schwitzig und Sie steigen aus dem Auto außen, sehen eigentlich aus, als ob Sie gerade einen Marathon gelaufen wären. Und genau dafür ist diese Sitzauflage eben perfekt. Sie kühlt wunderschön runter, gibt immer eine angenehme Luft und eine schöne Temperatur auf dem Rücken. Und insofern ist das echt empfehlenswert, gerade für die heiße Jahreszeit. Wenn Sie schon älteren Semesters sein sollten, ist das natürlich auch immer noch ein Stressreduzierer, würde ich es mal nennen, weil Sie hier einfach die Möglichkeit haben, alles so zu temperieren, nämlich auch am Sitz, wie Sie es brauchen. Und manche von Ihnen haben vielleicht ja auch das Problem, dass Sie klimaanlagenempfindlich sind. Insofern ist so eine leichte Brise am Rücken und am Poppes sicherlich auch eine ganz angenehme Sache. Und wie gesagt, auf jedem normalen, handelsüblichen oder jetzt im Moment am Markt befindlichen Autositz ganz einfach zu befestigen. Und schön finde ich einfach, dass ich eine Kabelfernbedienung dabei habe, mit der ich mir individuell natürlich meine Temperatur so einstellen kann, wie ich mir das vorstelle. Wenn Sie jetzt aber zum Beispiel auch im Sommer sitzen, jetzt in den nächsten Tagen, es wird ja nächste Woche wieder heißer, zum Beispiel Pearl TV nachmittags gucken und Ihnen läuft so ein bisschen so der Schweiß den Rücken runter. Auch dann ist natürlich für Ihren Fernsehsessel oder zum Beispiel auch für das Sofa diese Sitzauflage natürlich eine ganz tolle Sache, weil Sie sich entspannt drauflehnen können und hier mit der Lordosenstütze haben Sie eben auch immer eine ordentliche Haltung beim Sitzen. Im Büro genau das Gleiche, wenn Sie einen etwas schwitzigen Bürostuhl haben und da kann man ja dann meistens nicht so leicht bekleidet ins Büro, dann können Sie den natürlich auch jederzeit aus dem Auto mit ins Büro nehmen, stecken den da an, das ist überhaupt kein Problem. Und schon haben Sie eine perfekte Temperatur am Rücken und am wertesten Teil. So einfach kann das gehen. Ich finde es toll, weil der Preis einfach unglaublich ist. Wir liegen unter 50 Euro für diese Sitzauflage und das ist meiner Meinung nach ein ultra fairer Preis, um es sich einfach wesentlich entspannter, komfortabler und angenehmer zu machen. Wenn Sie jetzt sagen, die interessiert mich, dann würde ich Ihnen empfehlen, notieren Sie sich oder sagen Sie es gleich im Callcenter, die Bestellnummer NC5534 und die 569. Insofern haben Sie dann endlich mal schön temperiert hier Ihre Sitzauflage und wie gesagt, sie ist individuell einsetzbar und natürlich auch klein und transportabel. Außerdem haben wir übrigens an der Seite von diesen Auflagen, auch ganz wichtig, noch eine kleine Tasche, wo unsere Kabelfernbedienung dann auch noch reinpasst. Das heißt, die kann auch nicht im Auto rumfliegen. Ich zeige es Ihnen nochmal hier mit einer richtig kleinen gefütterten Kletttasche. Das machen Sie auf und da kommt die Fernbedienung dann rein, wenn Sie sie nicht benötigen. Das heißt, bei einem Bremsvorgang oder eben mal beim Schleunigen kann Ihnen auch keine Kabelfernbedienung irgendwo am Schaltstock rumfliegen. Sie werden nicht irritiert, sondern Sie haben hier ein perfektes, absolutes Temperaturvergnügen. Anders kann man es nicht sagen und jetzt zeigen wir Ihnen einfach nochmal, wie einfach die Montage ist. Einfach an der Kopfstütze festmachen und zusammenhaken. Dann kann auch nichts verrutschen, dieses sogenannte Submarining, also dieses unterm Gurt dann wegtauchen, kann auch nicht passieren, weil es eben absolut ergonomisch und perfekt an den Sitz angepasst ist. Und eine Zigarettenanzünder hat heute jeder im Auto und insofern haben Sie natürlich sofort auch die passende, würde man sagen, Bordelektronik zur Verfügung, damit der Kollege richtig schön kühlen kann. Insofern ein absolutes rundum sorglos Paket. Ich kann es Ihnen wirklich nur empfehlen. Die Bestellnummer ist die NC5534 und die 569. Für unter 50 Euro sicherlich eine ganz tolle Lösung, sich einfach Oberklasse-Feeling ins Auto zu holen. Oder eben auch nach Hause oder auf dem Bürositz. So, jetzt kommen wir zu Nummer zwei. Ja, zwei müssen Sie noch aushalten mit mir. Kein Thema. Eine 5-in-1-Sitzauflage. Und wenn Sie sich dann denken, wie 5-in-1-Sitzauflage? Habe ich auch noch anzubieten. Und zwar ist das eine Heiz- und Kühl-Sitzauflage. Ganz ergonomisch gemacht, aus ganz weichem, anschmiegsamem Material. Sie sehen es hier. Da wird die Lasche zwischen Rückenlehne und Sitzpolster gesteckt, damit das auch wirklich gut halten kann. Und dann kommt diese Auflage ganz einfach an der Kopfstütze oben mit einer Befestigung und untenrum auch. Vorteil hier an der ganzen Sache. Ich habe eine superleichte und schnelle Anbringung eben über die verstellbaren elastischen Bänder, die Sie gerade sehen, mit Schnellverschlüssen. Und es ist eine passive Klimamatte, so könnte man das nennen, mit Aktivkohlefiltern. Was bringt das für Sie? Ganz einfach. Es absorbiert Gerüche und Feuchtigkeit bis zu 100 Gramm pro Quadratmeter. Wenn Sie das jetzt kennen, wenn Sie im Frühjahr losfahren oder vielleicht auch im Winter und das Auto ist ein bisschen klamm innen drin, dann sind meistens die Sitze auch ein bisschen klamm. Das ist nicht so toll. Und genau hier setzt unsere Auflage ein und regeneriert und entfeuchtet sich übrigens von selbst nach Verlassen des Sitzes. Das heißt also, da ist am Schluss das Klima immer prima und wir haben für den Winter auch eine Heizmatte integriert. Rückenstützkissen ist drin, das heißt die Lordosenkissen. Das ist übrigens verstellbar und abnehmbar und natürlich gleichzeitig noch ein sogenanntes Keilkissen für das Gesäß. Je nachdem, wenn Sie sagen, lange Fahrten, habe ich immer ein bisschen Rückenschmerzung, ist das überhaupt kein Thema. Können Sie das nämlich alles individuell so einstellen, damit Sie perfekt sitzen und dann natürlich heizen können oder eben auch kühlen können. Und das Schöne finde ich, dass eben gleichzeitig mit dieser Klimaanlage hier oder diesem Klimakissen auch so leicht üble Gerüche natürlich auch mit eingesogen und eingezogen werden. Das heißt, das ist ein ganz tolles Teil und die Autostraßenverkehr, das freut mich immer sehr, hat im Februar 2012, also noch nicht allzu lange her, dieses Sitzauflagekissen getestet. Soll ich Ihnen mal sagen, was dabei rausgekommen ist? Und das freut mich, wie gesagt, sehr. Testergebnis. Empfehlenswerte Note 1,8. Testurteil. Testsieger. Platz 1 von neuen getesteten Auflagen. Hier sehen wir auch nochmal schön den Schieberegler, ob Sie jetzt nun heizen oder kühlen wollen. Das können Sie individuell einstellen. Und natürlich auch das mit einem 12-Volt-Zigarettenanzünder, damit natürlich die Klimaauflage wunderbar arbeiten kann. Zeigen wir es Ihnen nochmal hier. Das ist sie. Die kommt in den Zigarettenanzünder und schon läuft es mit dem Strom. Und die Klimasitzauflage kann arbeiten. Und eins kann ich Ihnen sagen. Wenn so eine Sitzauflage, die sich auch selber wieder regeneriert, das heißt austrocknet, Ihnen mal diese Feuchtigkeit aus dem Auto nimmt, dann werden Sie sehr schnell merken, dass zum Beispiel beschlagene Scheiben wesentlich schneller wieder klar sind, weil eben diese Aktivkohleauflage hier dementsprechend Ihren Job dazu beiträgt. Ein Zwei-Stufen-Schalter, schnelles Aufheizen, Dauerwärme haben wir natürlich auch die Möglichkeit. Die Kabellänge ist übrigens mit 1,50 Meter so ausgelegt, dass egal, wo Sie Ihren Zigarettenanzünder haben, es gibt ja heute auch einige Modelle, die schon weiter hinten auf der Mittelarmlehne das haben, dann reicht Ihnen trotzdem jederzeit immer das Kabel Richtung Zigarettenanzünder. Die sind auch super klein und kompakt. Man sieht es hier, mein 48 x 30 Zentimeter ist nicht wirklich viel. Und natürlich die 44 x 42 Zentimeter Sitzauflage. Und hier sehen wir es auch nochmal, das ist dieser Bereich am Rücken, den ich mir individuell einstellen kann. Und das ist natürlich schon eine ganz tolle Sache mit diesem Sitzkissen. Hier sehen wir die Schnellversteller auch mit dabei. Das geht ratzfatz und sofort passt das in jedes Auto. Also eine 5 in 1 Klimaauflage mit den Qualitäten kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Und wie gesagt, die Kühlfunktion arbeitet eben über diesen Aktivkohlefilter. Das heißt, alles an Feuchtigkeit wird aufgenommen, wird sozusagen gespeichert und Sie haben immer ein trockenes und kühles Gefühl beim Sitzen. Das ist auch eine ganz tolle Sache. Übrigens vom Preis her, trotz des Testsieges, super günstig. 49 Euro und besser gesagt unter 100 Euro. Und das ist für diese Auflage echt ganz kleines Geld. Hervorragend verarbeitet, die Nähte auch, alles was genäht worden ist, zusammenpasst vom Material, super aufeinander abgestimmt. Und wir haben die Bestellnummer PV 74, 63 und die 569. Und damit können Sie dann eben sagen, Sitzheizung plus Klima, Popoklima sozusagen, das kommt alles für unter 100 Euro zu Ihnen nach Hause. Und Sie sehen, die Montage ist super einfach mit dem Sitzkeil und der Lordosenstütze, die Sie sich eben höhenverstellen können. Alles überhaupt kein Problem mehr. Eigentlich sogar noch ergonomischer als viele aktuelle Sitze, zum Beispiel von den Franzosen und der Italienern, die ja sehr weich sind. Auch da können Sie eben noch eine ganze Menge gegen machen. PV 74, 63 und die 569. So, und wenn Sie jetzt mal so durch die Gegend fahren und einige Kollegen sehen und sich immer denken, wow, der hat die Scheiben gar nicht verklebt, verdunkelt, der hat es aber trotzdem dunkel. Wie macht der das denn? Dann haben wir jetzt das Nächste für Sie. Und die sind so absolut genial, wie einfach zu montieren, auch von ihrer Wirkungsweise her. Das sind sogenannte Sonnengitter. Und die werden mit einem Saugnapf, egal wo, auf der Heckscheibe, auf den Rücksitzen, wenn Sie mit kleinen Kindern unterwegs sind. Vielleicht haben Sie Ihre Enkel des Öfteren mal im Auto. Und gerade jetzt in den Sommertagen ist so direkt das Licht, was da reingleist, natürlich wirklich erstens mal unheimlich erhitzend, muss man wirklich sagen. Und zweitens natürlich auch immer, naja, so ein bisschen Stressfaktor bei den Kindern. Und Sie kennen das selber, wenn es Kindern zu warm ist, fangen die an zu quengeln. Insofern sind diese Saugnapfhalterungen hier, eben diese Sonnenschütze für die Seiten- und Heckscheibenfenster, eine ganz praktische Sache. Die kosten wirklich nicht viel. Die sind 38 mal 44 Zentimeter im Ausmaß. Die können Sie ganz klein zusammen machen. Und der Saugnapf hält die eben bombenfest. Das heißt also auch mal bei einer scharfen Bremsung oder gesetzt den Fall, was Sie nicht wollen, dass es denn doch mal krachen sollte, werden die tiptop Ihre Position halten. Und das Schöne ist, dass ich die eben ultra klein auch zusammenrollen kann. So kommen Sie dann zu Ihnen und dann lassen Sie die einfach mal auseinander schnalzen. So haue ich mir die gegen das Kinn und schon funktioniert das. Hier in der Mitte ist der Saugnapf. Auf der anderen Seite haben wir einfach nochmal hier einen, da sieht man schön, nochmal einen Griff, um es wieder abzuziehen. Und mit diesem einen Saugnapf, die wiegen ja nichts, die sind ja keine 20 Gramm schwer, haben Sie natürlich die Möglichkeit dann zu sagen, Heckscheibe, Seitenscheiben. Gerade bei größeren Autos, Vans zum Beispiel, ist das sehr zu empfehlen. Sie haben sehr viel Fensterfläche, das heizt schnell auf. Und ich kann es Ihnen auch als Tipp geben, wenn Sie mal irgendwann unterwegs sind, einkaufen und das Auto steht nachmittags zwei, drei, vier Stunden in der prallen Sonne. Die sollten Sie immer dabei haben. Bevor Sie aussteigen, machen Sie die einfach fest. Dann haben Sie wirklich noch einen richtigen Sonnenschutz dabei, lässt eben nicht viel durch. Sie sehen es ja, wie schnell das dunkler wird. Und damit haben Sie eigentlich eine ganz praktische Parkklimaanlage, könnte man fast mal sagen. Und es ist natürlich auf Reisen auch toll, wenn mal seitlich wirklich die Sonne etwas tiefer durchs Fenster stechen sollte, können Sie damit eben auch Abhilfe schaffen. Sie sehen es sogar für den Durchblick oder den nicht mehr Durchblick ist ganz gut gesorgt, weil die eben schön verdunkeln. Das kann ich Ihnen wärmstens dazu empfehlen, weil Sie dann einfach in Ihrem Auto immer ein angenehmes Klima haben, das Auto sich nicht so ultra stark aufheizt und Sie natürlich dann entspannt mit der ganzen Familie, den Kindern oder den Enkeln auch mal längere Strecken fahren können, ohne dass es den riesen Hitzestau gibt. Weil, und das muss ich auch immer wieder sagen, ich bin es nämlich auch, Klimaanlagen, da kann man ganz schön empfindlich drauf reagieren. Wenn Sie mal überlegen, draußen bei 34, 36, 38 Grad, man sagt ja immer, die Klimaanlage soll ungefähr drei, dreieinhalb Grad kühler eingestellt werden als Außentemperatur. Ich habe das bis jetzt, und das haben wir hier unten im Breisgau, noch keine Klimaanlage erlebt, die bis 33 Grad runterkühlt, weil das macht ja keinen Sinn. Also müssten Sie es auf 28 Grad stellen und dann haben Sie schon wieder eine Temperaturschwankung von 7, 8 Grad und das kann mal ganz schnell in einem Bläh enden. Und schon haben Sie eine dicke rote Nase und das soll ja im Sommer nicht sein, wir wollen ja die warmen Tage genießen. Also drei hervorragend tolle Produkte, die in Ihrem Auto wirklich absoluten Komfort und gesundes Klima schaffen. Das in der Kombination bleibt natürlich Ihnen überlassen, entweder jetzt die Thermoauflage, die eben wunderschön runterkühlt, oder eben, die ich Ihnen wärmstens empfehle, die 5 in 1 Sitzauflage, die hoch angenehm zu sitzen ist und natürlich so viele positive Aspekte ineinander vereint. Und zum Schluss für die etwas weniger Durchsicht, damit die Sonne nicht so reinknallen kann, eben hier diese wunderschönen Sonnenrollos. Und da muss ich Ihnen auch noch sagen, die kosten eigentlich so gut wie gar nichts, die kriegen Sie unter 4 Euro unter der PV 73, 92 und der 569. Allzeit gute Fahrt und ab jetzt mit angenehmen Temperaturen.